Waski Leute, mein Name lautet Danny Justin, willkommen zurück bei New Super Mario Bros U Ich dachte mir, ich nehme die letzten Parts nochmal mit Cam auf Weil sie doch ein bisschen schwerer sind und ich denke, als kleines Special kann man das ja mal mit Cam machen Meteoriten, oh nein, nicht schon wieder Meteoriten Meteoriten Dusche, so jetzt seht ihr mich wenigstens auch noch Ist halt ziemlich praktisch hier, kann man hier drauf, ja hier drauf kann man klettern Oh, wie cool sieht das denn aus Ja, dieses Level, also wieder Meteoriten, ich hasse Meteoriten, das ist das, was ich hasse Ähm, es ist nicht so schlimm oder sowas, aber Das ist schon ziemlich nervig Was macht dieser Powerblock jetzt hier? Oh, eine Starcoin, wow, sofort zu mir, wie geil ist das denn, bitteschön So, hier können die Meteoriten nicht kommen Sie können quasi nur kommen, wenn es oben auch den Platz gibt Ja, ich zum Beispiel jetzt Vielen Dank Ich sollte lieber so Aufpassen Oh mein Gott, das war knapp Das war ziemlich knapp So, ich muss Ausschau erachten, äh, Ausschau halten, genau Da ist nix So können wir nicht getroffen werden, was ziemlich schön ist Von dem können wir dauerhaft unsere, unseren Stern erweitern Was ziemlich, ziemlich geil ist So Ja, jetzt kann ich das nicht erweitern, scheiße Oh, hier ist die Allzeitflagge Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas übersehen habe Irgendwie eine Starcoin Weil ich da persönlich immer sehr darauf achte Oh, eine Eichel Was sehr schön ist, das kann uns einiges erleichtern So, ich werde das mal Ich glaube da oben Ah, Mann Das war schlecht Ich wusste jetzt nicht, wo lang es genau geht Aber ich jetzt mal ja Oh nein, ich bin tot Ja, ich bin tot Scheiße Ich hätte mich noch retten können Aber ich habe mich ja selber nicht gesehen Deswegen Hatte das jetzt nicht allzu viel Sinn Wir haben auch nicht mehr so viel Leben 55 nur noch Ich hoffe, wir schaffen das trotzdem noch Müssten aber eigentlich mit 55 leben Sollte das eigentlich gehen So, okay Über den Pilz Vielen Dank Oh, shit Habe ich gar nicht kommen sehen Ich glaube, ich sollte lieber ein bisschen warten Ich warte lieber ein bisschen So, einen Moment Ganz langsam, aber sicher Oh, shit Sagt sie auch mal, wenn sie bei mir ist Oh, nein, 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 nein Es wurde getroffen Aufpassen, aufpassen Ich sehe nichts Das Problem Oh, das ist die Starcoin Oh, Mann Dieses Level Schon wieder Obwohl es, ich glaube Nicht mal annähernd so schwer ist Wie das andere Wenn wir ganz ehrlich sind Das andere war schon richtig, richtig schwer Also, da habe ich zwei Parts dran gesessen Ich weiß nicht, ob ich es im Nachhinein stein werde Aber ich denke nicht Ich warte einfach, wisst ihr Ich warte einfach Ich denke, es hat wenig Sinn Oh, shit Was? Ich komme da gar nicht hoch Oh, mein Gott Oh, mein Gott Aufpassen, aufpassen, aufpassen Meine Freunde, aufpassen Sonst kann das schlecht enden Wir haben jetzt Äh, das war die zweite Starcoin Cool Äh, da gibt es einen Regen Nichts mehr, ne Nur ein Ding, oder? Ja, nur ein Ding Ich warte lieber So, da sehen wir In Cooper Nichts Besonderes Ich würde gerne die letzte Starcoin-Soup finden Oh, shit Oh, mein Gott Zerstört das Mir egal Auch wenn ich nicht weiß Was es war Hier gibt es zwei Münzen Auch nichts Nichts Besonderes Ich will nach links gehen No, nein Nein Oh, ich bin einfach Ah, Mann, verdammt Ich bin einfach so auf der Suche Immer nach diesen Starcoins Weil ich Mir immer denke Wenn ich es jetzt nicht finde Und das Level beende Dann muss ich das ganze Level Nochmal machen Was ja dann nicht immer so schlimm ist Weil Wenn man nicht nach den Starcoins sucht Es ist wirklich extrem einfach Aber Aber ihr müsst auch bedenken Wenn ich zum Spiel aufnehme Also rede nebenbei Dann ist es auch schon wieder Viel schwerer das Ganze Also so ist es wirklich Also das ist auch kein Ausrede Oder sowas Wenn man aufnimmt Ist man viel schlechter Als wenn man Alleine spielt Ich meine Ich habe aus Versehen Ach, scheiße Ich habe aus Versehen Ja, wenn ich jetzt getroffen werde Übrigens, dann sterbe ich Oh mein Gott Wusste ich gar nicht Ähm Ich habe Ich habe alles nochmal durchgespielt In einem Tag Weil ich aus Versehen Den Spielstand gelöscht habe Und Dann war ich wieder An derselben Stelle Wo ich aufgehört habe Denn ich wollte natürlich Weiterhin für euch spielen Ne Und Ja, das werde ich jetzt Aber mal aufsammeln Ganz frech So, vielen Dank Ne Pea Ich hier sehr schön Kann ich mir Ich wollte dann sagen Kann ich mir öfter erlauben Getroffen zu werden Was ja auch stimmt Ähm Und ich habe alleine gespielt Und ich habe gemerkt Heilige Scheiße Das ist einfach alleine so Viel einfacher als Äh Ich weiß gar nicht Ob ich da hoch muss Ich glaube aber nicht Oh shit Ich glaube da war Ah ne Da ist die Starcoin Ich bin falsch gegangen Okay Scheiße Soll ich mich töten Oh man Das nervt mich gerade Das nervt gerade Scheiße Das ist gerade ätzend Ja Dann müssen wir das normal machen So Okay Oh shit Ja Ich kann es einfach so beenden So Okay Gut Dann werde ich die Starcoin Nochmal selber holen Ihr wisst ja alle wo sie ist So Wir haben das Level In einer bestimmten Zeit geendet Deswegen kriegen wir jetzt ein Item Was sehr sehr toll ist Sehr sehr schön Na was kriege ich Ein Stern Ja Oh ne Eichel Okay Ich dachte ich kriege noch Sterne Von diesem Dulli Aber okay Vielen Dank Vielen Dank für deine Eichel Ja Es ist nicht so wie es klingt Ich schwöre So okay Gut Dann müssen wir noch mal Die letzte Starcoin holen Los geht's So Jetzt habe ich es irgendwie geschafft Hier hoch zu klettern Nein 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 Können wir die Starcoin Aufpassen Oh mein Gott Von da kommen so viele Okay Gut Puh Wir haben die Starcoin bekommen Oh mein Gott Okay Jetzt müssen wir das Level noch so beenden Ja Gut Ein Up Ohne Scheiß Ich freue mich über Ups Einfach aus dem Grund Weil Ich in den letzten Part so schlecht gespielt habe Dass ich so viele Ups verloren habe Das ist unglaublich Also Normalerweise hätte ich erwartet Dass ich das locker Flock Also wirklich easy locker Flock ich so beende So da oben wollen wir noch nicht Ich würde gerne trotzdem Moment mal Müssen wir da hin? Ne ne Doch wir müssen da hin Das ist der originale Weg Okay Weil ich hätte jetzt gedacht Es geht nach unten Aber wir Das verstehe ich nicht ganz Wie man nach unten kommt Ich schätze mal Wir müssen das Level machen Und Peats Schloss Hä? Einen Moment mal Ganz kurz Ganz kurz Ganz kurz Okay Und zwar Wir haben hier angefangen Wieso kann ich nicht Wenn ich das Level beende Hier lang Das verstehe ich nicht Ich hoffe das kommt noch Dass ich da in die Mitte kann Da wo das ganze Lava ist Und dann nach unten auch nochmal Weil jetzt kommt schon Peach Schloss Deswegen verstehe ich das nicht ganz Okay Heißer Aufzug Okay Oh scheiße Ah das war fail Ich glaube bei heißer Aufzug Ich glaube das Lava steigt Und steigt und steigt dauerhaft Und es ist kein Scroll Level Oder sowas Nur es steigt die ganze Zeit dauerhaft Deswegen glaube ich Ähm Das ist so das Schwere hier Oh mein Gott Also na Ah schnell schnell In der P-Eichel war eigentlich Ziemlich gut So Oh das ist schon wieder Ein bisschen schwerer glaube ich Das Level Achso Da darf keiner drauf Okay Da darf nichts drauf Da darf keine Münze drauf Gar nichts Da muss ich aufpassen Dass ich die Münzen alle bekomme Und die Gumbas natürlich töte Oder noch die Starcoin sammle Ist natürlich logisch Hallo Oh mein Gott Na super Hallo Geht's euch noch gut? Dein Münzen läuft Nein verpisst euch Da geht's lang Nein geht's nicht Scheiße Ja gleich Jetzt hab ich ein Problemchen Hab noch kein einziges Starcoin Ah da hinten ist die eine Scheiße Aufpassen So das war die erste So das war die erste Ich bräuchte mal sowas wie ein Pilz Oder sowas So das müssen wir kurz aktivieren Oh mein Gott Okay das ist aber nicht möglich Ne? So ist es okay Ja nice Obwohl blinkt es mir viel Ich weiß nicht Die Bomben müssen wir versuchen zu Ja Verpisst dich man So weiter geht's Da ist ein Schalter Da können wir zu Starcoin Sehr schön Nein ich wurde Oh man Hier gibt es auch Ach scheiße Wir hatten es fast geschafft Das war auch die zweite Starcoin Das heißt wir haben keine Übersehen oder sowas Und das Level ist nicht so schwer Wie es aussieht Auch eine sehr erwähnenswerte Sache die man erwähnen kann Vielleicht Es ist wirklich nicht so schwer Wie es aussieht So Gib mir das Neichel wäre schon nicht schlecht Aber ich Ja ist egal jetzt Ist vollkommen egal So muss man irgendwas gedrückt halten Ne okay Ich verstehe man muss gar nichts Man muss einfach nur draufstehen Ich drücke die ganze Zeit B aus dem Grund Aber wenn man nichts gedrückt halten Muss es ja in Ordnung Oh mein Gott So Die Münzen Das ist kein Problem Vielleicht ein bisschen weiter nach links Damit ihr nicht alle hier drauf kommen Wäre mal nicht so schlecht Würde ich sagen Würde ich ganz schnell behaupten Oh man Scheiße Verpisst euch man Verpisst euch alle Oh man Verpisst dich Gut Dieses Level ist ein bisschen härter Aber ist nicht so schlimm Es ist aber nicht so hart Wie das erste Aber in dieser Welt So hier könnt ihr einfach Nein Ich bin tot Oh nein Diese Münze Hat mir alles gestört Habe ich ihn nicht kommen sehen Shit Ich werde mal wieder rausgeworfen aus dem Schloss Wie das aussieht Fuck Ja der Name passt auf jeden Fall Zu dem Level Sehr witzig Sehr lustig Ein sehr lustiger Name Ist das Ein sehr witziger Name So nochmal Ich weiß Das Ganze sieht schwer aus Weil Es hier so viele Sachen gibt Und sowas zu beachten Aber es ist gar nicht so schwer Weil man einfach nur hier draufstehen muss Und das Teil geht automatisch hoch Ich steuere es quasi Und das macht richtig mega viel Spaß Also Naja natürlich Wenn ich es besser hinbekommen würde Würde es noch mehr Spaß machen Und es dauert dann immer eine Weile Bis er überhaupt erkennt Dass wieder Wieder Dass alles wieder in Ordnung ist Ich merke da manchmal gar nicht So wirklich Scheiße So Da kommt schon die Lava angeflogen Musst du an der O machen Die Münze nehmen Scheiße Egal Ist nicht so schlimm Das ist nicht so schlimm So Beeil dich Beeil dich Beeil dich Beeil dich Beeil dich Beeil dich Nimm das Aktivier den Schalter Und los geht's Schnell 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 Aktivier das Nein Gib mir den Pilz Gib mir den Pilz Das brauche ich jetzt Das brauche ich jetzt Ding Ja ja komm Das Teil holt mich auch mal ab Also es ist nicht Irgendwie Das ist richtig schwer Nein Geh hoch Oh Fuck Oh nein Ich hätte ihn einfach nur Wegwerfen müssen Den anderen Da war noch einer drauf Ah shit Ab dem Moment Ab dem diese Bomben kommen Wird es auch noch richtig schwer Weil Ja Ich kann es eigentlich Ich kann es erklären wieso Ich denke das ist Selbsterkennung Und dieser Goomba nervt auch extrem Was sucht er da Man fängt ja als kleiner Mario an Und dieser Goomba nervt einfach Man will da hinspringen Dann steht er da Und ist gar nicht so ungefährlich Muss man wirklich sagen Ist gar nicht so ungefährlich Wir können übrigens Ah okay Das ist nice So Ich will keine Ah scheiße Das ist zum Beispiel schlecht Ist nicht gut Was ich da mache Ich kann nämlich so viel Zeit sparen Wenn ich will Zum Beispiel hier Wieso Wieso spare ich denn die Zeit nicht Die ich sparen kann Das verstehe ich nicht ganz Zum Beispiel Oh Mann Ernsthaft verpisst euch alle Ich muss ein bisschen mehr nach oben schauen Was da so auf mich wartet Ja das mache ich jetzt die ganze Zeit So Na super Egal ist nicht so schlimm Für eine Starcoin ist es auf jeden Fall Gerechtfertig Das ist okay Schnell 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 So Komm her So Oh mein Gott Da muss man springen Anders geht's quasi gar nicht Weil wenn diese Blöcke Scheiße Oh mein Gott Schnell 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 Die Lava kommt Ja nice 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 Weiter 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 Eisblume Vielen Dank Höre 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 Aber schneller 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 Oh shit Das ist gefährlich Oh nein Ich dachte ich Oh ich dachte ich Egal ist nicht so schlimm Ne das lasse ich einfach mal Das ist nicht so nötig Jetzt gerade Ich würde lieber Die ähm Ja Schnell hoch 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 Die letzte Starcoin bekommen Wenn ich so wüsste wo die sich gerade befindet Da ist sie Scheiße Ah jetzt kommt der noch So nice Zur Seite Zur Seite Oh da ist die Tür Nein Ah ich bin aber klein Scheiße Ja super Scheiße ich bin klein Ah das ist Oh bin ich gestorben dort Ich weiß nicht wieso Ich hab das Gefühl ich werde sterben Okay ich hab das Level jetzt einfach so beendet Ist gut Lassen wir es okay Ich will ernsthaft nicht mehr Oh man alter Ja so gut Geht es jetzt vielleicht Ne es geht nach oben Das verstehe ich nicht ganz Ich schätze mal Wir machen das einfach mal Wir speichern jetzt einfach mal So vielen Dank für's zu einem Schauen Und ich sehe dich im nächsten Part wieder Bei der letzten Schlacht